ähm du bist ein bisschen tot missionsziel eliminiert alle feindlichen einheiten das ist der neuer unterladen Also, musst du noch mal neu patchen. Fack. Der Hersteller ist wie über einmal. Hä? Missionsziel. Eliminiert alle feindlichen Einheiten. Ich kann ich Shotgun los. Komm, du bist schon. Ich bin so. Wenn ich halt eine Shotgun bekomme, was kann ich denn dazu? Dann. Eliminiert alle feindlichen Einheiten. Fuck, fuck, fuck. Headshot, mhm, sicher. Bist du nicht tief genug gekommen? Oh, noob. Eliminiert alle feindlichen Einheiten. Hey, wie langsam das Messer, äh, wie langsam die Axt noch umgeflogen ist, ne? So übel langsam, Alter. Keine Chance. Eliminiert alle feindlichen Einheiten. Du musst Rechtskrieg machen. Dann macht das nicht instant. Scheiße. Unser Einheiten wurden eliminiert. Eliminiert alle feindlichen Einheiten. Oh, lol. Hast du Linksklick in meiner Meinung gemacht, ne? Ich hab Linksklick gemacht. Ja, Rechtsklick ist One-Hit dann. Aber Rechtsklick verzieht das dann nach oben. Ja. Alle Gegner wurden eliminiert. Hä, 20 Lucky Points. Alter, was hast du dir da anders gekauft, dass du Lucky Points bekommst? Alle Gegner wurden eliminiert. Ja. Ja. Rechtsklick weg. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Ja, nein, 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 nein. Ja. Oho, die Beine. Ja. Tschüss, Leute. Das war solidisch. Das waren grade klar. Was? Ja. Danke,ì- Sions Wiener auch nicht Erika Du bist doch ein Schottkampferl, Alter Ich mach' mal, wenn du halt sofort dann da bei mir bist Wir müssen echt mal neue Videos machen Loll Unsere Einheiten wurden eliminiert Hehe, das war wirklich lustig, Ruhm. Ups! Yeah! Loil, loil, bedroht. Eliminiert alle feindlichen Einheiten. Ja! Bündlich 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 hoch, bündlich bündlich hoch, bündlich bündlich hoch, bündlich hoch, bündlich hoch, ja. Ach, du bist zu schocken, gar nicht zählen, einmal die Zähne. nicht und hier als die Erkrankung die Schilder die Jahrhundert und und dann kann man es daher und mit der Schotterland war also was er was sagst du zu deiner Niederlage und dass die aufgenommen wurde ja ja die Uhr nicht aufgenommen ich schicke die Linken, ich schicke die Linken